Ich schaffe hier einen Duffbahn Muss ich irgendwie gehen hier? Anschalt nicht, ok Sein Name ist Jaehyun, Menschenhändler und menschlicher Abschaum. Ich stecke fest. Erledige den für mich. Es heißt, ein Bein. Diese Inseln wissen, wo ich bin. What the fuck? Was soll denn das? Was soll denn das? Ich schwöre mit Waffen Warum auch immer Ich schwöre mich die Bullen einfach mal in Ruhe lassen Das zielt auf die Titten Das zielt auf die Titten Ich schwöre mich Ich schwöre mich Oh Okay Ich schwöre mich Ich schwöre mich Ich schwöre mich den 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 und den so wer sagt das denn hier? ich meine ich bin hier der na zum Glück habe ich gegen und so weiter geskillt na so was kriegen wir hier noch? mit Komponenten ich weiß aber so pf D D D nehmen und verkacken D nehmen und D nehmen so als Scharfschütze hast du voll versagt mein Freund so richtig äh äh versteh nicht dann soll ich denn jetzt mitnehmen oder was? verlasse die Gegend ok ok verlassen wir halt die Gegend da geht ich schütze ein Fahrzeug vor dem Fixer ok so wie sind wir leichtenlieferant hier oder was? wie sind wir leichtenlieferant hier oder was? what the fuck what the fuck juhu laut wartet tu dir selbst in Gefahr und geh wieder an die Arbeit wirst du dich zweimal durchs den selben Blindschuss spülen mach dir auch nicht das Leben ihm notwendig schwer junge wenn der tot ist ist er tot oder nicht? wir können ja wohl schlecht aufstehen wieder was zum Fick ok will ich das hinterfragen? ich glaube nicht gut haben wir das auch erledigt da haben wir unseren Fixer ne dann hätten wir jetzt hier noch die eine Knastaufgabe die wir haben das Hauptmission ne Mission meine Hauptqueste also meine Hauptqueste ja Auftrag der Heisenberg in das Labor ok ja wir rufen unser Auto was wir denn achso fahre mich jetzt nicht um ich warne dich ja stimmt wir könnten uns eigentlich auch mal geile Implantate vielleicht leisten ne ich mal gucken vielleicht haben wir genug Street Build Credibility um uns dieses legendäre Modding zu leisten wo wir dann einfach ok ich lasse Autos verschwinden äh wo wir dann einfach voll viele Stürbächerplätze für Hexen und so weiter haben so Aua Wolle auf die Oberlippe mit dem Lenkratz wenn ich hier jetzt hier abbiegen war doch hier schon ein paar Mal na guck mal wie das alle ah ne da haben wir da haben wir gegen die Maelstrom gekämpft das Showtime Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es nicht gelesen. Alter Hätt sich die Brust abgeklebt, warum auch immer Tut mir leid für deinen Kollegen Sag ich einfach mal Aber man hast du gewonnen, überlebt Ja ich würd dann gerne, danke Danke, dass ich auch was mitnehmen darf Folgt euch doch mal Leute, ich pack doch nur eben hier ein bisschen Mann, Mann, Mann Chill doch mal Hier haben wir, glaub ich, nicht gewesen, oder? Ja, wir müssen die Brust aufnehmen, oder? Ja, wir müssen hier ein bisschen aufnehmen, oder? Ja, wir müssen hier ein bisschen aufnehmen, oder? Bringt oder was? Ah Wenn wir nicht schreien Wie ist er hier? Sollen wir einen Weg finden Oder was? Hier sie Das war's Okay Dann war's die Mission Die wir noch machen müssen Jut, jut Easy peasy Das Eisenberg Prinzip Ja, ja Vielleicht haben wir Glück und die ganzen Typen sind Sind wir dann noch mal tot Aber ich das nicht glaube, weil wir Ja, spätestens haben wir neu gestartet Ne, dreimal neu gestartet haben Da denke ich ja davon aus, dass wir ein bisschen Nachhelfen müssen Hallo? Da hat er mir Oh So Scheinbar Ist ja doch noch alles tot Oh So, ich komme nach 5 Jahren mal wieder Jetzt darf ich mich die Tür aufmachen Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Oh O Ich komme Ich bin Ich habe hier ein bisschen was kaputt... gemacht Ups Erhöhle Stress Achso, ich hab wohl das, was ich machen sollte, schon getan Und sollte ich alles nur kaputt machen, oder wie? Ja, ich will das dann benutzen Glitter, Einheiten Ah Äh Hä? Achso, ich bin ja, ach jetzt bin ich hier, was soll ich bin falsche Seite Ich hab aber auch gegangen, ok Oh Hey, weil da ein der Dünger sich gekriegt Guck mal Darf ich jetzt nochmal? Jetzt darf ich nochmal, ok 1C C Oh, das ist Ja, relativ easy Und ich kann sogar noch ein zweites holen Boom Hmm Äh? Okay Schwung Was ist einfach Ja C Na Was ist mit Was ist mit Ja Es Ja Oh Oh Ja Ja. Ball. Warum habe ich jetzt die Waffe ausgerüstet? Äh, ich muss das verstehen. So, ich will meine Maschinenpistole und Sturmgewehr in blau. Oh, nützt nun das. Probieren wir das doch mal aus. Achso, du hängst einfach am Boden drin. Alles klar. Wie gemein. Oh, dann gönnen wir uns doch mal den Wagen. So. Okay. Oh, Street Credibility geht nochmal hoch. Was haben wir denn hier? Verhecken wir den mal. Oh. Tja. Doof mit eurem Fahrzeugen, sag ich mal, ne? So, haben wir unseren Bereich hier jetzt aufgeräumt? Ne, noch immer nicht. Ach, hier unten haben wir den Hauptmission. Da haben wir da noch eine Mission. Ey. Wir haben dann noch immer... Wir haben nur diesen einen Bereich hier fertig, ne? Wir haben dann den Bereich noch. Den haben wir auch fast fertig. Und hier haben wir auch noch gar nichts. Wir sind jetzt schon, ja, 13 Stunden am Spiel. Wie, also wir haben jetzt 30 Stunden für das Bissidi gebraucht. Und sind nicht mal fertig. Will ich nur anmerken. Will das nur anmerken. Die Schrollflinten sind irgendwie alle gerade scheiße, die ich habe. Ach, ja. So, gut. Der Psy-Chocular hoch. Sehr hoch. Der Auftrag. Er geht's. Schon ab. Okay, wir haben auch eine ordentliche Mission schon abgeliefert. Das muss man mal sagen. Oh. Cool. Wir haben 100.000. Oh. Cool. 100.000 oder vor. So, ich will jetzt mal hierhin gehen. Eben schnell. Dass wir da ein bisschen leerer sind. Okay. Wagen einfach nochmal geparkt. Ist das der Markt, wo der Polizist denn? Nee. Oder? Sag mal nein. Da muss ich immer zweimal hier draufklicken. Das heißt, ich habe ein paar Klamotten zum Sortieren. Okay. Weg. Weg, weg, weg. Junkzeug. Weg. Waffen. Sortiert. Okay. Gut. Diese Würze finden gehen mir egal auf. W 가서 hat die Doppläufige. Schade. Egal. Zu spät. Jetzt ein Maschinengewehr habe ich ausgerüstet, naja Ein besseres Sniper, ok Das soll ich vielleicht behalten sollen, Vorsicht selber, aber egal Ich hoffe, jetzt müssen wir uns auf jeden fall mal angucken Schauen wir auch deutlich mehr Schaden aus, ich will sicher Schaden geben, ok Das sieht auch interessant aus, stehe man auch Satz runter, hier Nehmen wir noch, haben wir hier noch viel Visier, mal ein bisschen Aus Visier, ok Ja Ich würde gerne den verkaufen, so Gut Wieder zum Auto Und dann geht's weiter So Der geht aber auch gerade auf den kleinen Wagen da Boah, der lässt sich echt nicht Die lassen sich echt irgendwie bei Watch Dogs schon Ja, Watch Dogs kommt dem glaube ich ganz nah Ja, packen wir mal hier auch, guck mal, beim Ziel wäre auch noch eine Box gewesen Ja, hör drauf zu zielen, meine Güte Wieder ein Dock, ok Ist das mein Dock? Ne, ist nicht mein Dock Ah, ich bin doch hier Und der geht doch zur Polizei, oder? Ja Ach du schon wieder was? Ich hoffe, wir können ja nicht mehr weitermachen, jetzt die müssen wir Lachen? Jetzt bin ich skeptisch Hab gehört, der Runner, der den Satan-Demon geschrieben hat, hatte kein Humor Ihr fragt, wer öffnet diese unheiligen Tore des Abgrubs? Eigentlich nicht Und ich antworte euch, die Techno und der Chromanten von Alpha Centauri Was? Ich kenne dich, du kommst oft hier lang Du hast die Wahrheit erkannt, das sehe ich in deinen Augen Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Such die Arbeit Was soll ich machen? Such die Arbeit Akzeptier du die Wahrheit und such dir endlich einen Job Doch was wird geschehen, wenn sie die Früchte unserer Arbeit ernten? Ja 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 Die Radio werden euch die Wahrheit, sollen die mit Ohren zuhören und die mit Augen helfen Hört mich Ja Ja Ich würde gerne mein Chrom auswechseln, hast du was Neues? Ja Ich würde gerne meinen Chrom auswechseln, hast du was Neues? Ach Reflexe müssen noch 15 sein Dafür Okay Das geht ja mal 25.000 für den hier Aber Hey Nehmen wir den hier halt Nicht mal leisten Der kostet zwar auch noch 1 Ich kann nicht was, aber das dauert noch bis wir den haben Also nehmen wir den Guuuut So was haben wir noch Okay Nichts für mich gerade Ja Und was Erhört die maximale Sprecher Punkt Deiner Cyberdex immer einen Punkt Ist das gut? Oh Was macht es? Und dann Die Sprecherregeneration Das Gegner ist sofort wieder ein Punkt Ja Heißt wenn ich alle neutralisiere, kriege ich dann wieder alles Oder? Im Grunde ja, ne Ehhhh Ja kann man auch mal Blutzeug Aber egal Nervensystem Was haben wir hier? Wie lange hat der eine Dauer von Sand Eine Stunde Das hast du eigentlich mal 6% Verlangsamt für die Zeit Zwei Sekunde Wenn der Gegner nicht bemerkt Wirklich das zählen und schießen beim ausweichen Verlangsamt Okay Das was wir gerade nicht eigentlich brauche Und so das kann man uns nicht gönnen Imutiert ging ich schon Mit die Panzer um 20 2000 Komm Ja Dann machen wir auch nicht mal was Mal nochmal hier Oh Wirklich die Benutzung der Smart Erfassung von Smart Waffen Die Treffer Chance Okay Wirklich die Chance auf Crash Lager bei Power Waffen Oh 25.000 Smart Link Gerät Benutiert die optische Implantate Benutzt direkt mit dem Waffensystem Wenn du durch Daten in Echtzeit verfahren können Ja aber Ich habe genutzt ja keine Smart Waffen Deswegen ist es eigentlich Ein bisschen unnütz gerade Was haben wir denn hier bei den Armen noch Oh So Solar Arme Von physischen Schaden Oh Mentakling Oh Die Klingen Geht Na Was ich habe Ich nehme die Klingen Ich gucke was sie kosten Egal Mal Hätte ich vielleicht irgendwas neues noch freigeschaltet Schauen wir nicht Keiner Hatte Also können wir noch Unseren Doppelsprung im Grunde aufgeben Jetzt Die Chance auf Crash Lager mit Power Waffen verbindet Nur Querschläger Wir können Smart Link nutzen Das aber auch dementsprechend Fuh 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 Keine Ahnung Sollen wir Sollen wir nicht Sparen wir erstmal unser Geld Gucken wir es nicht so komplett Hier sind wir Hier kann ich noch gelb werden Sag ich mal Wie läuft der Laden? Sie können mich nicht beschweren Die Konzerne lassen mich in Ruhe Und Saka heuert wieder Söldner an Die alle die neuesten besten Implantate brauchen Also das was wir schon kennen Ja Ja Kann ich bei dir was verkaufen Ich würde gern mein K... Sieh es dir an Da kann ich mich mit dem auch handeln Und nämlich hier noch Hört ihr im Bundesschaden von Kopfschüssen um 50% Wuh Das klingt geil Ich hab nix zum verkaufen ne Ich rede mir ein Dings Was hier mit Wie kann ich die benutzen Kann ich die jetzt einsetzen Wärte ich gerne Was machen wir denn Ich bin fast genauso viel Aber Komm Nehmen wir uns Zack Boom Cyberware So Hier müssen wir jetzt alles rein machen Photoshop Bewegungsstörungen Ich hab schon gesagt Auf das Ziel Okay Den Ping wollen wir haben Werken rufen Das verstehe ich nicht Überhitzen Nicht tödlich Löst beim Ziel Branden aus Rufenglitch Den können wir nehmen Ähm Ähm Die Aktiviert die Server Fähigkeiten des Ziels Gott schluss Ja Ich hatte die optische Server eines Gegners und macht ihn vorübergehend blind Okay Vielleicht wollen wir mal vorbeischleichen müssen Hier auch was neues Achso hier muss ich die rausnehmen dann Okay Ähm Die hab ich irgendwie Ist alles? Oh Was Wie kann denn deine Waffen ist tödlich? Ahhhh Uh Aufschlüsse versuchen Kannst du jetzt einen Schaden Was? Ist ja dann kacke eigentlich So was haben wir hier Deine Waffen ist tödlich Okay Wow So Hier noch Wow Das ist doof Aber gut War jetzt mal ein vorteilhaft Weil dann so konnte ich meinen Typen nicht killen Aber Aufschlüsse Kannst du jetzt nicht schauen Das ist halt das Problem gewesen Mit meiner Sniper glaube ich Oh Und jetzt können wir hier Aha Guck mal Guck mal hier drin Dinge Physischer Schaden Chemie Schaden Thermo Schaden Ist alles dieselbe ne Boom Okay Wie mache ich das jetzt Oh 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 yeah So schön Thermo clean Letztlich habe ich hier vor die Lens Flares Was nützt los Cool Alter Like Bo Natürlich Ich Wie Jun Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020